Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja, Night of the Dead, ähm, ja, aber letztes Mal haben wir uns hier quasi so ein bisschen vorbereitet, was heißt vorbereitet, wir haben ein bisschen ausprobiert, wie was geht, tralala, Treppe gebaut, Fundamente gebaut, Bogen gebaut, der Totenkopf füllt sich, und ich hab nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass wir Kundschaft kriegen, und ich möchte ungern, glaube ich, hier rumlaufen, wenn wir das bekommen, ähm, was noch ist, ähm, wir müssen leveln, sehe ich gerade, und ich freue mich sehr auf dieses Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt cool, und, äh, es wird, glaube ich, richtig großartig, es wird großartig, ich weiß, in den ersten Folgen ist jetzt nichts passiert so großartig, wir sind ein bisschen rumgelaufen, tralala, aber das wird sich ja ändern, es ist in jedem guten Survival-Game so, dass wir uns erstmal ein bisschen bemühen müssen, damit wir ein bisschen Progress machen, ne, ist nun mal so, ich würde gerne wissen, wie wir uns ein Bett bauen, ein Bett wäre mal ganz gut, denn das Bett wäre interessant zu wissen, wo wir schlafen, damit wir uns, vielleicht glaube ich, mal ein bisschen also ich glaube, es ist mit dem Bett, dass wir schlafen, glaube ich zumindest, war das hier mit Schlafsack? Schlafsack. Der Ort Respawn speichert. Aha, wir brauchen noch Gummi. Hersteller an der Werkbank. Ist das hier die Werkbank? Er hat das mit der Werkbank auch irgendwie noch nicht realisiert. Ich würde die einmal abreißen wollen. Wenn wir gerade hier nochmal dabei sind, abreißen. Wir haben die Werkbank zwar gebaut, aber irgendwie hat der erst nicht ganz geschnallt. Ich würde auch, ähm, wir haben Baumstamm bekommen, ich würde trotzdem nochmal eben schnell ein Baumstamm, also, bekommen. Äh, Alter, uhohohohoho. Gott, hab ich mich jetzt, Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Willst du mich verarschen? Wo kommt die her? Wo will die hin? Oh, die ist schon tot. nehmen was ist denn das Forschungsmaterial nehmen alter wo kam die her oh Gott was ist denn mit dem wo kommen die auf einmal alle her leck mich fett so pass auf ich nehm dem hier dem Baumstamm hier der müsste ja eigentlich gehen alter was ist mit dem gibt's doch nicht und ist es noch nicht mal eine Welle ok Stunde 23 heißt es dann 0 Uhr wenn 24 ist dass wir dann sehe ich das richtig und Datum 0 geht ganz schön schnell ne ich bin gewollt das vielleicht sogar umzustellen wenn es mir zu schnell ist falls wir das können ich hoffe ähm so wir sollen also ne Werkbank bauen das heißt also das Symbol und das hier und dann sollen wir das hier bauen Werkbank oder ja aber ist ja sonst nix anderes es ist auch ne Werkbank aber wir sollen Maschinentisch Ausrüstungswerkbank nein wir sollen das bauen und das hier bauen so dann werden wir das mal bauen äh snappen mach ich mal hier hin wieder er zählt das nicht ist das ein Bug oder ist das ne andere Werkbank die ich bauen soll das heißt auch Werkbank oder müssen wir das bauen Holz wie können wir denn Holz herstellen hier dran ah Holz stell dich mal her gucken wir mal ob das der Tisch ist den er haben will einfach mal gucken warte ich teste das jetzt mal tatsächlich okay und was können wir hier jetzt machen Gummi ah ich stell mal Gummi her was brauchen wir denn dafür oh Harz Baumharz aber wir haben noch drei ach Ingenieur wie leveln wir denn nochmal wir können auch irgendwie auch unsere aktualisiere Fundament tippe Hammer Fundament aktualisieren aber schon upgraden ne Nägel Zement und Ziegel brauchen wir dafür Belohnung Nägel aber Fundament aktualisieren was heißt denn das aktualisiere Fundament ich schätze mal es wird Upgrade sein gehe ich mal von aus aber wir können wir können es ja nicht upgraden wir können ja keine Nägel oder können wir Nägel irgendwo herstellen können wir hier an dem Nägel herstellen ah hier Nägel ein Stück Eisen ich mach mal ja wir machen mal fünf so was brauchen wir noch zum Upgraden oh nein es geht los uff ich weiß gar nicht woher die jetzt kommen ich mach mal Licht an bleib ich jetzt erstmal beim Bogen oder beim ich weiß halt nicht wie die spawnen und so ne oh Gott Musik können wir uns drauf einigen die Welle hat begonnen können wir uns drauf einigen dass ich noch nicht so weit bin Datum 1 ähm hallo Nacht 1 ich bin ein bisschen geschädigt Leben wie hab ich denn Leben verloren hat die uns angegriffen vorhin ja wie sie sehen sehen sie nix von Weasenex sehen sie morgen warum kommen die denn nicht die Welle wird doch bestimmt erst enden wenn die tot sind oder na gut wenn die nicht kommen äh aber ich möchte jetzt auch ungehe oh da hinten kommen welche ich hab oh Gott ich hab welche gesehen Alter oh Gott wo ist der oh sind das viele oh Gott in den Kopf und in den Kopf und in den Kopf und in den Kopf oh Gott wie der spuckt irgendwas ich muss weg ciao oh Gott haben wir überhaupt so viele Pfeile oh Gott oh Gott da ist noch einer gespott Hilfe ach du Scheiße das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell muss ich sagen mit der Welle ich bin noch gar nicht ready oh Gott wie viele das sind oh Gott äh Alter was warte mal ich hab noch Molly uah brennt brennt alle brennt nein wurde hingeschmissen nirgendwo äh das war's mit Mollys äh macht der Bogen mehr Schaden oder Speer ich bin mir nicht sicher Alter wie viele das sind uah die spawnen einfach neben einem was soll denn das ich glaub ich werd das glaub ich umstellen das ist mir mit den Wellen ist mir das echt zu schnell wir sind auch gar nicht ready uah oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Gott sei Dank greifen die die Bude nicht an oh hier liegen ganz viele Tote das ist super oh Gott ich hoffe wir haben genug Pfeile ach du Scheiße leck mich fett oh schon wieder einer gespawnt Hilfe okay noch einer tot du 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 hier liegen überall Säcke sehr schön den den Spucker würde ich gerne weg haben oh Gott uah oh alter was ist das denn uah nein wo kommen die alle her wir haben 22 Pfeile nur noch oh Gott das ähm brrr vor allem wie soll ich jetzt Pfeile herstellen oh Gott wie viele das einfach sind ich probe trotzdem erstmal nochmal den 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 Speer oh der hat einen Speerenkopf neun Spiere haben wir noch uah ich muss los oh Gott oh Gott Hilfe aber sie haben es noch nicht geschafft uns anzugreifen wenn ich das sagen darf das schon mal sehr gut oh nein puh äh ja sportlich muss ich sagen ist das Ganze oh Gott sportlich ein Speer noch und tausend Dings alles nehmen wie ist das mit Tee alles nehmen nimm mit man so jetzt brauchen wir den Bogen und da kommen noch mehr ach du Heiliger willst du mich verarschen ich glaube ich muss das nochmal abändern mit den Wellen dass sie nicht sofort kommt oh Gott uah wir haben gleich keine Pfeile mehr ne ich will es nur gesagt haben oh Gott alter was ist hier los ja Hase ja Hase hau bloß ab meine Groupies kommen das ist ja Twitch Chat oh Gott uah ich will nicht sterben zumindest nicht jetzt kann ich alles nehmen alles nehmen oh wir haben wieder Pfeile bekommen oder ne Speer äh mit der 3 haben wir den Speer oh Gott ins Bein glaube ich ein oh Gott ein Pfeil noch ich muss gucken wie wir Pfeile herstellen ohne dass wir irgendwie wir müssen erst wegkommen ganz schnell und paar Pfeile ganz schnell herstellen ich versuche hier weg zu rennen jetzt ganz schnell Pfeile herstellen Pfeil maximal herstellen oh 7 toll wow 36 oh Gott ist das ne Horde leck mich fett das ist ja toll sehr spannend oh Gott uah und es kommen immer mehr das ist natürlich ganz toll oh Gott ist das ein Haufen uah hu 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 da muss ich aber los tschüss und wir leveln und leveln und leveln was mit ihm jetzt stirbt er da mal ich glaube der ist weg der Spucker okay den kenne ich auch nicht den gab es damals glaube ich auch noch nicht oh Gott uah die kreisen uns gleich ein Hilfe oh fuck man wir haben nichts mehr zum herstellen gleich ne und es kommt immer mehr oh Gott das ist doch blöd die Welle kommt viel zu früh für normal da sollte man echt einfach hier die ganzen Tutorials einfach schnell durchspielen oder was damit man hier vorbereitet ist oder wie äh was äh Alter es kommen ja immer mehr gibt es auch mal ein Ende kann mal Tag werden vielleicht vielleicht sterben die dann oder wird das jetzt so lang oh Gott oder wird das jetzt so lange alles nehmen danke ich probiere mal hier zwischendurch die Säcke aufzunehmen ah Pfeile kriegen wir da durch ja nice irre oh Gott sei Dank 23 Pfeile wieder Gott sei Dank alter ausweich mit alt ah das geht okay puh alter ich muss hier alles einsammeln bleibt mir nix an ist übrig ich muss alles einsammeln zwischendurch oh Gott Hilfe Groupies ja ähm so hab ich mir Folge 2 eigentlich nicht vorgestellt ich hab gedacht wir können hier ganz gemütlich so anfangen und äh ja ihr wisst so weißt du fängst du gemütlich an und oh Gott alter Hilfe leck mich fett ich hab nicht gedacht dass es jetzt so schnell losgeht aber okay oh Gott alter ich renne jetzt immer um unsere Hütte rum in der Hoffnung dass wir zwischendurch ein paar Pfeile kriegen hier liegen ja noch ein paar Leute äh oh alter Hilfe oh Gott Gummi kriegen wir juhu oh ja das ist sehr schön alles nehmen da spawnen schon wieder welche oh Gott okay es ist aber rum oben der toten Kopf Spiel wurde gespeichert das ist sehr schön aber die sind immer noch alle da das heißt spawnen jetzt keine mehr nach oder wie äh äh alter oh Gott Hilfe Alter Schwede wie viele das einfach sind oh Gott Stunde zwei und wir müssen uns ja auch noch vorbereiten ne auf die nächste Welle und wir sind noch bei der ersten können die nicht einfach abnippeln toll wie oh Gott hua ich brauch Pfeile danke man so ne scheiße ich renne mich ein bisschen an an ah wie hieß es denn noch Call of Duty Zommel Modus ich hab auch immer so geschrien keine Pfeile ich brauch Pfeile 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 nehmen oh Gott sind direkt hinter uns ne oh Gott und das nicht zu wenige oh Gott die Horde ich muss auf jeden Fall mal gucken ob wir das irgendwie umstellen können ob die Welle nicht direkt oh Gott ob das ein bisschen später kommen kann diese Welle weil die kommt mir doch ein bisschen zu früh was ist er denn für einer wir haben keine Pfeile mehr das ist nicht gut das ist gar nicht gut ja wir drehen uns im Kreis das ist nicht sehr schön so wo sind denn noch ein paar Säcke sind hier noch ein paar Säcke am liegen da tschüss toll wir kriegen Forschungsmaterial ohne Ende aber kein aber keine Pfeile Speer haben wir nochmal auf der 3 oh Entschuldigung gucken wir mal ob wir nochmal ein paar Säcke finden da ist noch ein Sack da ist auch noch ein Sack da ist auch noch ein Sack da ist auch noch ein Sack aber das ist mir jetzt zu dicht die sind zu dicht hinter mir haben wir wieder Pfeile nö toll was mach ich denn jetzt ich will auch ungern mit dem Rohr draufknüppeln weil das sind echt viele oh Gott warte mal wir haben gleich keine Ausdauer mehr nein wir kriegen keine Pfeile mehr das ist ganz toll das ja super wie mach ich das denn jetzt kann ich den Pfeile noch herstellen guck mal eben ich glaube ja ah Hilfe ich renne mal weg aber es füllt sich oben nicht ne oben rechts kann es sein weil vielleicht die Jungs noch und die Jungs und Mädels noch da sind die muss man einzäunen das wäre ganz gut so warte ich stelle Pfeile her ganz schnell maximal 7 so auf der 1 haben wir die 35 so wo ist denn unsere Hütte da dann renne ich mal in die Richtung und dann gucken wir mal dass wir hier mal wieder ein bisschen jetzt aufräumen alter wie viel der schluckt leck mich fett alter was ist denn das oh Gott ey lass meine Hütte in Ruhe ey der kommt hier hin okay äh äh toll Rupees alter er stirbt aber auch nicht Mann der Große der Nakidai ganz toll oh Gott ich wünschte ich hätte geht der wieder an mein Dings dran nein so warte sie stimmt aber auch nicht ne mit 1000 Pfeilen im Kopf ungefähr ja ja endlich oh Gott ja ähm Freunde das ist Folge 2 ja das wo ist denn der Große da zwischen nicht irgendwo wir haben noch neun Pfeile nicht mehr viele aber die einen haben Säcke verloren ne die lassen Säcke fallen äh ja wenn ich sie jetzt finde die Säcke äh ja hier ist was jo aber keine Pfeile da ist es blöd oh Gott toll das wird immer besser hier und wieder ein Spucker ist auch wieder da oder was oh Mann ja das ist blöd irgendwie dass das so viele sind soll ich die denn jetzt oh soll ich die denn jetzt überwältigen alle ich probier das mal mit dem Röhrchen gucken wir mal ob das gut geht oh ja das geht bestimmt ganz gut ahaha was so ne Menge jo das geht bestimmt ganz gut ahaha 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 ich muss los ciao da kann ich Pfeile zwischendurch aufnehmen oh nein ich bin glaub ich tot ich bin glaub ich tot oh alter das geht ganz gut sogar darf nur nicht hängenbleiben Aua 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 oh fuck zieh einmal das Rohr durch euch durch Mann kommt her kämpft mit mir los kämpft Aua Aua aaa Pf pf ha aaaaa pf 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 Vielen Dank.